Hallo Freunde der BTU in Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Heute können wir mal loslegen mit Säen und Spritzen. Und außerdem hat sich in der Niederlassung das getan. Das sehen wir aber nachher. Jetzt gehen wir erstmal ins Intro. Da sind wir auch schon wieder. Ich mach mich mal ratzifatzi klitzeklein und verdrück mich in die Ecke. So. Und dann fangen wir an. Halt, das ist ein Drescher. Ich brauch doch die Sämaschine. Ach. Ich hol Birne. Jetzt kann ich wieder rumtippen bis ich bei der Sämaschine bin. Äh. Nein, da will ich nicht hin. Da auch nicht. Obwohl, wenn ich schon da bin, kann ich auch da anfangen. Komm. Da muss doch auch eine stehen. Eine Sämaschine. Jawoll. Hier. So. Dann würd ich sagen, wir fangen mal mit der Gäste an. Dann. Äh. Äh. Z, ich Idiot. So. So. Gumm. Mais. Sonnenzucker. Baum. Appeln. Roggen. Dinkel. Weizen. Gerste. So. Gerste mach ich Feld 32 und 33. Das heißt für dich, wir fangen mal an. Bei. Schwupps. Feld 32. Sehen. Kurz laden. Schwupps. So. Da mach ich mal diesen Modus hier. Obwohl ich mir sicher bin, dass das reicht. Aber sicher ist sicher. Und zwar. Sehen wir jetzt. Das Feld. Äh. Halt. Feld ist oben. Das Feld. 32. Nachfüllen tust du dich bei Bedarf. Im Hof. Auf. Äh. Äh. Im Hof. Ich glaube ich andersrum. Ich suche so beknackt. Saatgutsilo. Ich glaube ich da das letzte. Saatgutsilo. Und das ist dann auch. Saatgut. Wenn du dann da bist, fangen wir an. Und. Abfahrt. Und. Wir fahren gleich zu Feld. 32. Ich fahre jetzt nicht. Erst. Nachfüllen tust du. So. Der Kamerad ist unterwegs. Dann springen wir weiter. Zu der anderen Sehmaschine. Wenn sie dann irgendwann kommt. Wer weiß. Da. Mach's doch schon. Zack. Äh. Ne. Andere Seite. Muss die sein. Da steht sie doch. So. Und da machen wir jetzt das Weizen. Weizen. Und das machen wir an Feld 23 und 24. Und da fangen wir bei Feld 23 an. Zack. Äh. 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 Sehen. Ich sollte auch scrollen. Sehen. Kurs laden. Zack. Da mach ich das gleiche Spiel in grün. Und zwar. Feld 23. Dann. Der Hof. Äh. Äh. Saatgutsilo. Und das ist dann auch. Saatgut. Wenn du da bist fängst du an. Abfahrt. Und. Gleich aufs selbe. Ein Schatz. Ich guck mal ob wirklich das letzte für den Saatgut ist. Mal ob ich das falsch eingestellt hab. Aber ich meine. Im Hof hier ist das letzte Silo Saatgut. Und. Äh. Und. Äh. Widerlassung. Ist letztes Silo Mineraldünger. Ja. Dünger. Hier. Letztes Silo. Saatgut. Passt also. So. So. Das wird erledigt. Dann bin ich mal gleich zum nächsten Springer. Und da lauf ich schnell hin. Wenn ich sie hier auch spritzen. Wo ist denn meine Spritze? Hä? Da ist sie. Wo steht's schon hier? Ich schau. Gar nicht erkannt. So sauber wie du bist. So. Das machen wir dual. Der Kurs kann raus. Wir fangen mal an mit dem größten Feld. Das ist Feld 48. Kalken und düngen. Äh. Spritzen dual. Da haben wir's doch. Kurs laden. Zack. Wir arbeiten auf Feld 48. Und nachfüllen tun wir uns. im äh. Das ist neu. Das zeig ich euch gleich. Das zeig ich euch gleich. Im. Deneben. Äh. In meiner Niederlassung. Äh. Niederlassung. Da hab ich jetzt auch ein. Hapizit Silo. Zack. Und da füllen wir auch Hapizit. Äh. Du machst mal. rechts. Wenn du da bist. Trinkst du an. Abwag. Und wir fahren aber gleich aufs Feld. So. Jetzt müsste ich zu der Niederlassung hüpfen. Da ist sie auch schon. Und da kommt mal hier. Hier steht jetzt das Pflanzenschutz Silo. So. Hier müsste ich auch eine Spritze haben. Da ist sie auch schon. Und die ist voll. Wunderprächtig. So. Mit dir fahren wir dann auch zu Feld 48. Und laden den, äh. Spritzen Dualkurs. So. Da. Felder. 48. Niederlassung. Hapizit Silo. Und wir tanken Hapizit. Und wenn du da bist. Fängst du an. Und. Abfahrt. Der fährt natürlich direkt aufs Feld. Der ist ja schon voll. Aber jetzt hab ich hier in der Niederlassung alles was ich brauch. Saatgut. Kalk. Dünger. Mist. Fehlt bloß noch Gülle. Aber das kriegen wir auch noch irgendwo unter. Wenn's mal zu weit ist. Jetzt gucken wir uns erstmal die Spritzerei an. Ich hab auf den zwei Feldern hab ich ja Mohn angepflanzt. Da ist die echte Wachstumsphase nicht erledigt. Und da sehen wir auch wieder. So. Unkraut wächst. Und das werden wir jetzt halt. Bekämpfen! Ich seh das ja so gerne. Wie die da. So. Wie bei einer Drehäugel. G-G-G-G-G-G. Wollt grad sagen, ich habe doch den Haken drin gemacht, warum regst du nich an? Hast du er esch überlegen, wisse? Wo links isch? Sofficiency... Uuund! Zack! Ha! Ich lass'n geil! Jeder Schuss ein Treffer! Wenn ich später mal im Wilden Westen genauso gut zielen kann wie die Habit-Sitz-Spritze Na dann nennt mich White Earp! So, das wird erledigt! Wunderbar! Die andere Maschine kommt dann dazu Wir gucken mal ob unsere Seemaschinen richtig angefangen haben So, der hier ist schon fleißig am... Oh, da ist schon ne Ecke Ja, ich muss das Feld auch nochmal richtig machen Alles neue hier Die fällt mir alles nicht Oder ich mach 44 Meter Anstatt 25 Meter Da müsste es auch klappen Ja, das wär ne Option So, da läuft's! Und da sieht's auch gut aus hier unten Ja Mit 45 Meter einsähen das geht ja ratzifatzi Da sind die zwei Felder Aber sowas von schnell eingesät Da bin ich mit Spritzen noch gar nicht fertig Aber ihr seht hier Da muss ordentlich Dünger raus Uiuiuiuiuiui! Da hab ich auch nichts drauf geschmissen Ne! Einmal kein Mist drauf gehauen Hab irgendwie... Ihr habt ja gesehen, ich hab kein Mist mehr gehabt Ich muss erstmal ein bisschen Mist sammeln Und kaufen wollte ich jetzt keinen mehr Dann hab ich gedacht, komm Dann hauen wir halt mal Mineraldünger raus Und da brauchen wir halt jetzt ne ganze Latte voll Ich stell's zwar selber her, kostet nix Aber die andere Seite ist es ist halt auch gut zu verkaufen Aber was ich hier aufs Feld rausschmeißen muss, kann ich halt nicht verkaufen So, wo steht die zweite Spritze? Die müsste ja auch bald soweit sein Ah, da sind wir grad Da ist sie grad Ja So, die muss jetzt rechts anfangen Und dann bin ich glücklich Das scheint sie auch zu tun Das scheint sie auch zu tun Also da haben wir mit der neuen Kursprävision Haben wir mal wieder eine bekommen, wo Wirklich gut funktioniert Mit der Äh 7401 Da hat es mit dem Rechtsanfang Nicht so gut geklappt Entweder hat sie auch links angefangen Oder ich da hinten in den Wald gerauscht Aber mit der neuen Version hier Ist wieder alles pipitoppi Und ich glaube Ich hab gesehen bei Shorty beim Ballesammeln In seinem Stream Da hat sie auch gemacht, was sie machen soll Das Ballensuchen hat also auch wieder funktioniert Für diejenigen, die sich da mit den Ballen rumärgern wollen Mich geht es ja nix an Ich hab mit Ballen nix am Hut So, die machen ihren Job Wir können ja mal gucken Ob wir noch irgendwas zu tun haben In den Produktionen So Ne, das ist keine Produktion, mein Freund Hier sind die Produktionen So, da sieht's gut aus Da oben läuft's Die elektrische Ladung läuft Kuchen? Warum machst du keinen Kuchen? Ich hab da alles hingefahren Ich hab doch Edbeeren hingefahren Oder bin ich blöd? Hab ich das tatsächlich vergessen? Hab ich das tatsächlich vergessen? Hm Na dann Auf zur Spendition Da gehen ja 100.000 Edbeeren rein Deswegen mach ich das mit den Paletten Na, da waren wir doch schon Stopp Dann kriegt da zwei Lagen Edbeer-Paletten Da müsste es auch passen Das heißt für dich Wir müssen fahren Zum Logistikzentrum Und zwar ins frische Lager Beladung-Paletten Zack Das bringen wir dann zur Bäckerei Anlieferung-Paletten Und das sind dann auch Paletten Das machen wir einmal Und wir machen's jetzt So, dann bleiben wir mal schnell dabei Äh Nicht wie dich alle Äh Habe ich hab kurz Zeit zum Nachfüllen So lange gehen wir jetzt zum frische Lager fahren So Deckel wieder drauf Und dann schmeckt es wieder Ja Ja, ich wurde dich letztmal schon zur Waschanlage fahren Mein Schatz Das sieht auch nicht mehr so frisch aus Vielleicht denk ich heute dran Ah, ich schalte gleich rum Auf Fahrerkabine Zack Jetzt steht hier oben LKW Weiß Das heißt, er fährt Wenn er abgeladen hat Automatisch Zur Werkstatt Ah, der muss ja gar nicht in die Werkstatt Der muss ja In die Waschanlage Also, hier wieder zurück Auf Brücke Das muss ich ja manuell machen dann Mit der Waschanlage Ich hab's ja umgeschnell Ich hab's ja umgeschnell So, dann können wir mal abspringen Können wir schon mal ins Lager hüpfen Ui So, zu wenig Anlauf Ui Na, wo bleibt? Ich bin bereit Kann losgehen Kann losgehen Komm ran, mein Gude! Ah, ich muss jetzt mal verkürzen da Das dauert mir zu lange, bis der rückwärts fährt So, dann können wir mal gucken Etbeersaft möchte ich nicht Bonik auch nicht Eier haben wir schon Etbeeren, genau das brauch ich Und zwar 32 Paletten, bitte Äh 20 30 31 32 Und Raus damit! Zack Heee! Was bist du für ein Eimer? Was hab ich denn bei dir eingestellt? Oh, Wartezeit Null Ja, das ist natürlich doof Meine Schuld Meine Schuld Da machen wir 35 Sekunden Ne, 25 Sekunden Anwenden War mein Fehler Tut mir leid Wollte ich nicht anwurzen So, lad mal das Zeug wieder auf Und dann können wir mal weiter Äh, wie wärs mit Mit Burte Nicht alles selber macht hier Oder hat er die rumgemacht? Habs bloß nicht gesehen Ah, die waren bestimmt drum Ich habs bloß nicht gesehen Dann stell doch mal dich jetzt so ein Dass du Achso, du darfst dich gar nicht einparken Du musst ja Zur Wachstraße Bäcker Wo ist der Bäcker? Da! Bäcker, Anlieferung, Paletten Und Abfahrten Ja, jetzt müssen wir natürlich erst wieder Rückwärts fahren Ein Stück Warte mal Das machen sie aber immer Und ich weiß nicht warum Die haben doch genügend Platz hier Und der da hinten steht Glaub ich, des mag er nicht Probieren wirs mal damit So, da steht er ja Und belädt sich Und jetzt gehts zum Bäcker Jetzt hast du keinen Weg gefunden Ah, jetzt will ich mich doch grad Richtig verarschen, oder? Aaaaah Du stehst doch auf der Linie, mein Freund Glaubt ihr des? Ich glaub's nicht Joa Jetzt brauchen wir gar nicht mehr großartig irgendwas machen Die zeigt mich ja schon wieder um Da unten sind sie fleißig am Spritzen Der will schon wieder heim fahren Aber Haltemal, mein Schaf Sie Hasi-Mausi Wir haben da oben noch was zu tun Feld 24 Muss auch noch eingesät werden Äh Feld 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 24 Und dann machen wir auch Feld 24 Sehen Kurs laden Fittisch tut's da hin Ah, das sieht gut aus Er fällt rechts rum Dann passt das doch Da kann er da nämlich raus fahren Und kommt dann direkt aus's Feld Oh, mein Nachbar bohrt wieder Und der unten ist auch gleich fertig Ja, die zwei Felder mach ich noch fertig hier, das und das Und dann können wir morgen gucken, was wir dann noch an Arbeit finden So, ich würd sagen, ich mach jetzt hier mal Grante Äh, Grante hab ich gesagt So Das soll's dann für heute gewesen sein Äh Äh, was macht denn der jetzt wieder hier Feld 24, warum fährst du da also vorbei Ich hab doch da eine Einfahrt gemacht, hier Feld 24, oder? Ja, da Da ist er doch Boah, fährst du da nicht rein? Ach du, mit dem Silo, deswegen Ja, war meine Schuld Ja, also wie gesagt Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein Gleiche Welle, gleiche Stelle Und natürlich gilt auch heute, wie jedes Mal Ein Däumchen wäre ein Träumchen Ich sage tschüss, arrivederci und goodbye Euer Obi Das Publikum war heute wieder wundervoll Und traurig ist der Schlussakkord in morgen Wir sagen Dankeschön Und auf Wiedersehen Schauen Sie bald wieder rein Denn etwas Schaum muss rein Und heißen Bühne frei Dann sind Sie mit dabei Die Schaum muss weiter gehen Auf Wiedersehen Die Schaum muss weiter gehen Und auf Wiedersehen Die Schaum muss weiter gehen Und auf Wiedersehen Und dann gibt es noch ein Schaum Und die Schaum muss weiter gehen Und hier ist noch die Schaum Untertitelung des ZDF, 2020